Hallihallo, willkommen zurück zu Ark Aberration, ähm, exakt, schwanger, und der hat schon so ne, so ne leichte Hungerattacke gefühlt da, glaub ich, kommen, äh, und deswegen wird sich jetzt ordentlich durchgefressen, mit dabei, wie immer, Sinnewitzchen, hallo, hallo, der Hippo, hallo, der Matze, hallo, und meine Aufnahme hat zu spät gestartet, aber okay, nein, unser Schwangerer, Moin Und der Koya Hi Na Xa, wie ist so? Alles gut, ich, ich hätte jetzt gern Apel-Eis mit, äh, sauren Gürken Ja, saure Spinus, ich hab' gefüllte Krabben, ha, wie wär's? Oh ja, klingt gut Krabbe-Koktail, Krabbe-Koktail mit, äh, Spinus süß-sauer Das klingt auch gut Klingt nach dem Plan Wer hat denn hier schon wieder das Licht an? Matze macht's Licht aus Ich hab, ich hab' mein Licht irgendwie, ach nee, das ist tatsächlich Matze, ja Das ist wahr Das ist doch schon wieder kaputt Kaputt Ja, 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 wir lassen doch einfach daheim Und deckt dran, ich sollte den letzten Bissen machen Du solltest den letzten Bissen machen, genau Jam, nam, nam Okay, bitte Plus, plus ein Level Wow, aber die Krabbe sieht gut aus Okay, wir hören auf Nein Aus, King-de-Wittchen, aus Hm? Was? Ach nee, King-de-Wittchen ist ja King-de-Wittchen ist... King-de-Wittchen ist... King-de-Wittchen ist... Achso, ist doch klar Boah, der ist verwirrend Mensch, ey, pass doch mal auf Gewirrend Wollen wir da oben den... Ach komm, wir gehen runter, da ist mehr los Wir gehen runter Vielleicht haben wir wieder Glück und wir finden in der Alpha-Krabbe Ich vergaß, der kriegt ja falsch an So, ich hab ein bisschen vorgekaut, bitte Ja, ich, ich, ich komm schon Oh, also wirklich Xa Hast doch noch vorbeigebissen Schnell So, bitte Unglaublich Hier ist überhaupt alles voll Und das Koko hier Cool Noch ein Koko So, wir sind bei plus 9 Level Hier, guck mal hinter mir Hinter dir, Koko Oh, nein, Krabbe ist viel wichtiger Oh, ich hab noch was Koko ist da noch nicht vorgekaut Krabbe ist sowas nicht vorgekaut Die ist fast schon sehr laut Nö Ich häng hier mal so ein bisschen Dann hängen sie immer Dann hängen sie immer da rum Da hab ich auch vorgekaut Nö, 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 nö Leg mir nur das Zeug in den Weg hier Aber ich muss sagen Also mit dem Megalo macht schon Laune Guck mal, hier ist noch eine Krabbe Nö, komm mal Da hab ich direkt Tach wird Oh, ein Kinos liegt eigentlich auch Nö Ja, das ist ne gute Schmache Nö, da fischte kein Debug Falt okay Guck mal, nochmal Spino und Koko Bino gefüllt mit Koko Das ist sowieso Koko Hier ist noch eine Krabbe Spiko Oh, Entschuldigung Und dann Koko Oder ein bisschen Abwechslung Stego auf, äh, auf Koko Auf, äh, ich weiß nicht Wir müssen noch irgendwas Stego mit Stego gefüllt Hätt ich hier im Angebot Wie langweilig Aber Hier liegt noch ein, äh, Koko Hier liegt noch ein Stego Der gefressen werden möchte, Xa Hier ist, ah, shit Komm mal Ui Hier ist noch ein Koko Ich hab doch grad noch ein Xa hüpfen sehen Wo ist er hin? Ich bin, äh, ich weiß nicht Ach, Sinde ist das Guck mal hier Ah ja, du bist in die falsche Richtung Jetzt esse ich die Stego selbst So, das hast du jetzt davon Ja, dann fress ich das, was Sinde hier vorgekarrt hat Das ist ja unglaublich Das schmeckt viel besser, was Sinde vorkarrt Naja, ja Darko-Eier braucht man für nix, oder? Der hier ist schon angeschlagen Jup Kannst du schon holen Wenn ich da draufbeiße, ist er hin Naja Das jetzt Dego auf Honig-Zimtsoße Ah, das steht auch gerade im Chat Ah, der verschmäht das Honig-Zimtsoße, was, wer kommt denn auf so Ideen? Guck mal, der Spino, der haut schon ab Der weiß schon, was ihm blüht Yami-Zimtsoße Xar, hm genuinely Jaja, ich musste nur ein bisschen gewichtlos werden Will dein Happi Ne, das war's falsche Happi Hier, guck mal Xar, schau mal, was ich dir mitgebracht habe Hier, hm Nein, nein, nein. Du bist doch nicht ganz dicht, oder? Ja, wei! Ja, wei! Er stellt sich schon mal auf BGI. Hm. Ja, toll, was GroKo, das will er wieder nicht sagen. Ja, ich weiß halt, was gut ist. Willst du denn hin? Wo bist du denn, ist die Frage? Einfach den Plus weiter. Ja, dann... So, wir sind bald bloß 24. Das ist supi. Es wird... Wie viel gibt man maximal drauf? 75. 75, okay, ja, dann haben wir noch ein bisschen zu tun, ja. Und am Ende sollte er dann 143 sein. Links haben wir ein Spino. Ähm, ähm, ähm... Lelle fest. Im Wasser mit... Der Megalosaurus ist scheiße. Ja. Wie sind die so über Wasser, die... Die Werte-Dame? Ne, der Werte-Herr, der Werte-Herr King ist ja keine... Eigentlich... Recht zügig. Okay. Stimmt wahrscheinlich gar nicht, nur so groß wie die ist. Nö, zumindest hier nicht. Und Hippo, was machst du so? Brauchst du, brauchst du schon mal eine Baby-Stube? Nö. Nö. Schön. Aber könnte ich tun. Ich war gerade mit der Ratte unterwegs. Ja, also ich fände das, also nachdem du uns das abgerissen hast vor der Nase. Unbefettig. Und... Ein paar Bauteile liegen auch noch im Strang drüben. Also... Hast du diese Baumengel gesehen? Das Dach war kaputt. Es hat reingedegnet. Da kannst du nur abreißen. Da kannst du kein Baby drin bekommen. Schmeig den aufziehen danach. Ne. Ne, also dann... Wir erwarten eine Tipp-Hop-Gude, wenn wir wiederkommen. So richtig schön für... Ich glaub, die bringen aber nicht viel. Was bringt die viel? Ne, die Parazier ist ja noch eigentlich immer ganz gut. Oder Hippo, wollen wir lieber ne Dödie-Aktion machen. Oh, das war einfach gerade, deswegen bin ich auch hier. Achso, das ist sensationell. Guck mal, hier ist ne Krabbe. Ich wurde da irgendwie verhaftet. Ich wollte hoch und dann stand da Poyan und sagte, Hey, du bist an mir vorbei, du musst hierbleiben. Ich dachte, du hättest mal schon hier vorne. Wartig? Krabbe. Da ist weg. Ich geh zurück. Ich geh zum Hippo. Krabbe. Wirkser. Krabbe ist angerichtet. Ja, ja, ja. Ich komm ja schon. Wird ein Löffelchen. Sünde. Genau. Ein Kräpfchen, Scherz. Ja, dafür ist der Spino jetzt tot. Was hast du davon? Kräpfchen sind eh viel besser. Außerdem hat er Sünde vor gekaut. Wie gesagt, das schmeckt viel besser. Sünde vor gekaut. Nie. Ich bin Schleimscheiße. Da leise ich das jetzt alles selbst hier. Nehm dir mal ein Beispiel an Sünde. Ja. Die war zu dem Zeitpunkt schon 75 Level weiter. Mhm. Das war mal ne Krabbe. Guck mal. Ja. Fail. Was? Ich hab... Ich bin gleich tot. Die ist schon fast tot. Wie du bist doch tot. Ich bin aus Versehen. Nein, Matsu. Ich bin... Ich bin... Mit meinen dicken Fingern bin ich leider abgekriegt. Okay. Wo bist du gewesen? Auf dem Weg nach Hause. Ach ja. Nee. Ich fass den beiden gerachen und hol dich mal ab. Ja. Ja, schau mal. Was ist mit deinem Rocktrack? Nicht, dass der jetzt im Sack hochgefressen wird. Dem Fall wird nicht viel. Ich lauf mal ein Stück zurück. Warum ist ein WFG eigentlich ein WFG? Der Quotentote. Wir haben ihn wieder. Wir haben ihn. Ja. Geht halt, ja. Einzig schadig ist, die Gummi anzutreten. Nochmal. Der hier ist fast tot. Der Spino. So. Ja, deshalb will ich ja dann finden, dass wir das Zeug auch retten können. Ja. Ja. Das ist ein Kindeswege, Matze. Ich suche das Dusselige Wufinchen, aber das ist auf der anderen Seite. Du kannst sie hier bei mir drauf, dann fliegen wir da jetzt hin. Ja, dann mach du mal. Ja. Ich muss nur ungefähr irgendwann mal Stopp sagen. Ich sag dann von Stopp, ja. Der eine Spino ist schon fast weg. Ja. Stopp ich nicht auf. Ah, hast du gut. Ja, hab ich ja erklärt. Ich erwarte irgendwie gleich eine Todesmeldung eines Drachen. Ich seh jetzt nur nix hier und irgendwie raus umgeht nicht. Gut auf dem Platz hier hinten. Ne, geht gar nix um genau zu sein. Also ich fliege jetzt hier ganz langsam den Fuß runter. So hier unten ist er langsam. So langsam hier. In dem Bereich. Ich hab'n. Okay. Ein Stückchen weiter noch. Wie gesagt, äh, ich hab'n. Aber deine Kaugummi ist gleich hinüber her. Kaugummi? Ja, das war irgendwie. Ja. So. Hier seid ihr doch. Ja. Ja. So, hier ist Kaugummi. Hier ist dein Drachen. Hat sich mit ner Krabbe gekloppt. Beziehungsweise hat sich verkloppen lassen. So. Matzes Opfer heißt er. Ja, ja. Ich hab' den noch schon. Mh. 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 Warum, warum verwechseln nochmal. Weil hier grad wieder so ein Fischzeug spring geschoben ist. Warum setzt du nicht auf deinen Drachen? Ja, frag einfach nicht. Lass Matze einfach machen. Ja, dann kau doch erst die Fische weg. Nur noch eine eine da. Lass doch mal locker. Hast du da einen Beutel? So quasi, ja. Gut. Du hast noch keine Rüstung an. Xav, bist du wieder zurückgegangen? Ja, ich bin zurück. Ich habe meinen Drachen mal entleert. Ja, ja. Habe ich auch die ganze Zeit müssen. Ich möchte auch Blaubeermuffins. Ich möchte auch Blaubeermuffins. Ja, hätte ich jetzt auch das Drachen. Boah, was haben wir hier ein Leichen hinterlassen? Ja, sieht gut aus, ja. Bist du ein Sarko? Geht hier wirklich in die Küche, das geht so nicht. Bitte was? Was ist der Hunger oder was? Ja. Wir gehen jetzt einfach mitten drin. Achso, Kia ist einfach... Ja. Das ist ja eine Frechheit. Boah, das ist ja eine Frechheit. Nur wegen ein bisschen Blaubeermuffins. Ja, die hat ja erst in 14 Minuten wieder was zu tun. Oh, Alpha-Krappe. Das weißt du nicht. Braucht ihr uns? Ich schau mal, was für die Leveren-Level. Ich mach mal erst für Beta-Krappen. Ähm... Mal. Level 8. Sollten wir klein kriegen. Jo, ich würde mitmachen. Jo. Wo ist denn eine Alpha-Krappe? Direkt von der Kreuzung rechts weg. Rechts weg? Also von dieser... Moment, links weg. Wenn du von oben kommst. Ich komm jetzt von der Basis. Ja, ja, dann... Dann, 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 genau. Dann sehen wir, ob sie Schaden gekriegt hat. Lass uns jemand ein bisschen aus dem Wasser ziehen. Wow, 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 hör doch auf. Dann sehen wir mehr. Okay. Also an der Gabel oben links. Genau. Ja, ja, wenn du von oben kommst. Ist da eine Leckpflanze in der Nähe? Nöööööööö. Sege gerade keine. Sie haben halt keine. Ja, die hat auch ein paar tausend Haft um her. Wenn sie euch kaut, dann macht sie halt platt. Jetzt nur, wenn ihr... Hängt sie schon an euch, oder wie? Ja. Achso, ja, dann macht sie nicht platt. Also ich bin jetzt gerade links abgetrunken. Ich sehe euch noch nicht. Ein Stückchen runter ist es dann scheinbar. Ja, die sind jetzt schon echt ein geknappert Ars. Den haben wir gleich. So, jetzt müssen wir mal drauf. Der Tank ist noch ein bisschen. Das war klar. Passte gleich. Okay. Jawoll. Das gab gute Fehl. Jetzt bin ich bei IPOS 71. Ja, super. So, Senorlala. Wollen wir... Das ist noch ein Spino? Jupp. Sag mal, Kuya, in welchem Köter waren eigentlich die Bauteile drin, die noch da waren? Ja, musst du auch nur noch einmal beißen. Ich hab's ja in meinen reingeschmissen. Das müsste Zucht-Diesign. Uuuu. Ja, dem ist zu. Oh, das war zu weit. Oh. Hier ist eine Leckpflanze. Direkt hin beim Bau. Ja, genau. Die brauch ich. Warte, ich mach's Licht aus. Na nö, kannst du anlassen. Macht ja keinen Schaden. Oh. Oh. Das heißt, das Licht ausmachen, du doofer Hund. Wer findet? Gut, dass Matze den Chat nicht liest. Ne, Matze? Das ist noch eine Krabbe. Matze sagt gar nichts mehr. Moment, Moment. Kannst du auch noch nicht mehr rein? Es müsse eine Umfrage gestartet werden, welche Tiere Matze noch reiten darf. Ein Level noch. Ich dürfte dann aber auch schon nicht mehr so viele. Nee, da würde nicht mehr so viel übrig bleiben, ne? Da vorne ist noch eine Krabbe. Nachdem ich einen Krachen will... Wer war denn hier der Verräter, der sowas schreibt? Das war gerade, das war... Ich habe das wahrscheinlich geträumt. Der stand gar nicht im Chat. Warte, ich gucke nach. Ja, mach mal die Pätze, Hedlop. Und der hat eine Fan-Klop. Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, lass das, Hilfe, Hilfe. Teils, teils. Na, sind wir auch gebrochen? Nein. Das wäre dann ja schon über die Quote hinaus. Oh, 75 Fall, wir können nachher aus. Ich find's noch nicht. Wir freuen sich eigentlich gerade alle mehr darüber, dass Kühler weg ist. Achso, ich weiß, ja, das ist ja ja Meskin hier. Das ist doch der Nörkel doch immer nur. Doch. Boah, das ist nicht für eine Party. Na, guck mal, da ist gerade richtig was los, ne? Bei dir im Chat hier. Der Kühler ist nicht mehr da und schon läuft da alles, ne? Ja, ja, das ist ja auch einfach ungefragt Pause macht hier. Ja, das ist quasi Fadenflucht. Das ist, ja, 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 das ist von grenzwertig. So, Hippo, was machen wir denn hier für eine Dirty-Aktion? Ihr baut Babyhaus. Nein, es gibt wichtigere... Boah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich baue das Ding nicht mehr auf. Also... Ja, Xander, ne? Sieh mal zu. Ich hab mal gehört, Wassergeboten sind im Trend. Hippo, wir haben genug Orange und es mangelt jedoch an Blau und Rot. Okay. Ihr macht jetzt nicht wirklich Dödis. Das ist auch hier. Also ich mach auf jeden Fall. Wir sind Multitaskingfähig. Ich werde da vorne gleich so ein bisschen weit hinsetzen, so ein paar Strobeln, denn das muss reichen. Multitaskingfähig. Multitasking. Da wird der Mutti da halt machen. Ja, ja. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Farben. Sechs Farben haben wir. Wir brauchen nur fünf, gell? Ja. Wollen wir lieber Pink? Ja, Pink sollte sein. Pink sollte sein. Oh, das ist haxig. Was muss ich denn hier wohl noch nachproduzieren? Ach, ich fang erstmal an. Gucken, was so geht. Das ist ganz schön finster hier. Finster wie ein Reaper-Arsch. Was hat denn eigentlich der Reaper jetzt für Level? Er ist jetzt gerade Level 125, beziehungsweise kann er noch fünf vergeben, dann wäre er auch 130. Cool. Guck schön. Hat sich also auch da gelohnt. Oh ja. Oh ja. So. Wollen wir denn? Hui. Oh, jetzt habe ich den falschen Köter mitgenommen. Ich drehe so nicht. So. Rasernholz und Stroh. Da flitzt ein Drei vor mich drüber. Yep. Wir machen gleich mal eine Pause. Ich habe jetzt auch Hunger bekommen, wenn ihr die ganze Zeit über den Muffin geht. Insta geredet wurde und das ist unglaublich. Ha ha. Mhmm. Om nom 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 nom. Du wagst doch noch ha ha zu sagen. Deine Frechheit. Ja, Leute. Bedanken euch bei K.U.A.R. Der Stream ist gleich zu Ende, weil wir müssen jetzt alle was zu essen machen. Ja. Wir müssen jetzt alle was zu essen machen. Ja. Wir müssen jetzt gleich eine große Pause machen hier. Das dauert mindestens 20 Minuten Pause. Ja. 20 Minuten. Schmeckt es denn wenigstens K.U.A.R. Und kochen. Pizza bestellen. Was denn Cup Noodles dauern doch nur drei Minuten? Äh, Cup Noodles, ja. Wir haben was zu essen, haben wir ja gesagt. Äh. Warum bin ich denn so überladen? So, alle. So. Ah, deswegen. Hier mal so ein Trümmermännchen hin, so, zack, da, schön. Habe ich denn noch irgendwas? Eins daneben. Irgendwas dabei? Brauchst du jetzt ernsthaft wieder dieses Häuschen, Hippo? Ach klar. Ja klar, das brauchen wir da. Gucken wir mal kurz hier. Kann sein, dass nach irgendwer meine Blutpacks hat. Ja, das ist sehr gut möglich, dass die drauf gesteckt sind. Ja, ist nicht nur sehr gut möglich, sondern sicher. Ich habe 71. Äh, ja. Dann hast du... Soll ich den Kühlschrank rüber schmeißen? Äh, ja. Kannst du den Kühlschrank hauen. So. Ähm, 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 jetzt hier ein Hundi. Das ist echt blöd. Ich meine, ich habe mittlerweile auch... Ja, was heißt mittlerweile? Ich habe, ich habe Level 82. Wir müssen das mal hochdrehen. Will unbedingt jetzt mal endlich die 85 haben, dass ich... Dass ich diesen Basiliskensattel bauen kann. Hm. Weil jetzt haben wir uns ja schon wieder ganz gut durchgefüttert. Haben ein paar, äh, Reaper gekillt. Wir haben... Jetzt gerade bei Xars-Footerei waren wir ja auch wieder am Start. Und, und... Dem Dings bin ich jetzt auch mal rumgelaufen. Ein Level hat es gerade mal gemacht bei mir. Das ist schon hart. Wo sind wir da werden? Reicht das so? Ach, das brauchen wir noch ein bisschen. Da kommt die Bauabnahme, ne? Und es muss auch babygerecht angemalt sein. Wieder blau und so. Au. Pink ist das neue Blau. Ach, nein. Soll es ein Mädchen werden. Xa... Ja, doch, stimmt eigentlich. Xa muss im Pinkenhaus sitzen. Das ist eigentlich viel besser. Da muss ich jetzt dann doch recht geben, Hippo. War gar nicht so schwer, ne? Hat auch gar nicht wehgetan. Doch, so ein bisschen schon. Eben, das ist mir doch übel, dass er mal ein wunderbares Babyhaus abgerissen hat. Da könnt ihr mir jetzt übel nehmen, dass die Fahrrad sein ist. Bis immer. Jetzt schon. Ich will doch hier noch ein paar Dödis, also nein. Dödis, also nein. Ähm... Finde ich auch. Dödis, also nein. Wir haben zwei pinke Weibchen. Damit geht nicht viel, Hippo. Xa? Hm? Ich habe was ganz Seltenes im Inventar. Schau mal. Tu, warte, kannst. Tu, warte, kannst. Hier ist noch Pink mit drin. Wo steht denn död? Ist aber auch ein Weibchen. So, was muss ich denn hier bauen? Das habe ich alles gar nicht gelernt, den ganzen Mist. Was ist jetzt davon? Da steht überhaupt nicht mehr der Name bei den Artefakten? Beim Implantaten, meine ich? Ah, hell. Ihh. Oh. Aus. Ah. Blind. Naja, also, toll. Es steht gar nicht mehr, dass das dein Artefakt ist. Steinfundament. Das klingt gut. Toll. Stimmt. Es steht recht nicht mehr dran. Es steht nur noch die ID. Frechheit. Genau. Toll. Ja. Ich dachte, ich habe jetzt mal meine Gründe. Du siehst total. Wenn der Tatsache so anfängt. Xa. Was? Siehst du dich bitte mal aus? Warum? Ich weiß, dass ich das eigentlich nicht will, aber ich will mal sehen, wie jetzt. Halt aber die Kamera drauf. Ich will jetzt sehen, wie Xa schwanger aussieht. Warum habe ich eine Birne in der Fresse? So, ist das nicht hübsch? Ja. Ich nehme zwei Rippen vor, wenn andere war nicht. Ich frage mich jetzt, was da jetzt schwanger ist und was da normal ist. Also, normal ist da gar nicht. Der Waschbärbauch sieht anders aus. Sinde, hau mal bitte zu. Nee, nee, das traue ich mich dann auch nicht. Nee, auf mich. Wieso? Weil, danke. Ja, das ist eindeutig. Warte mal, Xa. Wirst du hinten schwanger? Ja, guck doch. Ja, der ist vorne wie hinten, der ist irgendwie so, der ist, ich frage mich, der muss, also... Das sind Zwillinge, eins vorne, eins hinten. Es ist gut für mich, dass das hinten rausplatzt bei dir. Ja, genau, Zwillinge. Boah, kann es eigentlich Reef als Zwillinge oder Drillinge geben? Das wäre ja extra krass. Weiß nicht. Boah, Xa, das ist ekelhaft. Nein, ich sag dir das gleiche wie Sindel. Hase, du bist eine wunderschöne, selbstständige, unabhängige Frau. Und keinem was anderes. Ja, genau. Ich finde ja auch, schwangere Frauen sehen einfach sehr attraktiv aus. Oder wie? Bei schwangeren Männern überlegen wir noch. Bei schwangeren Männern überlegen wir noch. Xa, nee, ehrlich, das ist... Nein, komm, jetzt sei brav. Oh ja, sei gut. Aber was soll ich denn dazu sagen? Du musst nicht sein zur Schwangeren, egal ob Mann oder Frau. Aber der hat noch zwei in den Mutterarmen oder so. Das ist halt ein bisschen verrutscht. Weißt du, als Sindel schwanger war, habe ich mich gefragt, wie ist dieses Riesenvieh, wie kann das da drin vorher Platz gefunden haben? Ja, mit dem kleinen, zierlichen Bäuchelchen. Bei dir. Warum kommt da jetzt nur eins? Sind es fünf oder sind es sechs? Unten in den Baden geht er auch noch jeweils eins rein. Also sonst geht es einfach komplett auseinander und da ist eine ganze Meute an Reapern dann. Und danach sieht Xa völlig normal aus. Das wär's, Marc. Gut, ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mit diesen Bildern. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.